Gucken ob der Plan aufgeht. Da kommen sie. Oh, der ist wieder so ein riesen... Oha, das hat sie dann immer mir geschmissen. Wo ist denn die? Da unten. Oh Gott, die Steuerung manchmal, ne? Oh, Alter, weiter. Wo ist mein anderer Affe? Los, hau ihn um! Oh, fuck. Geht er jetzt schon mal weg mit seinem Kackspern? Wieso sagt sie eigentlich, dass sie hungrig ist? Oh. Oh. Oh, wie? Die ist doch die ganze Zeit schon. Okay. Okay. Klappt auf jeden Fall gut, wenn ich beiden Affen das Zeugs gebe. So. So, lass mal tauschen. Jetzt muss ich hier nur wieder an die Arbeit setzen. Äh, hier. Nein, 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 nein. Naja. Okay, warte, das war der falsche Affe? Moment. Ähm. Ähm, wo ist... Da? Ich glaube, mein Inventar sieht aber auch schon wieder aus, ne? So. So, du, mein Freund. Komm mal her. So. Jetzt sollte das hier wieder klappen, ne? Judy, was haben wir denn alles fallen gelassen? Sonst kann ich ja mal kurz ein bisschen aufräumen. Ähm, ähm. Zack, zack, zack. So. Haben wir hier noch Sachen? Hm. Ich glaube, es würde echt Sinn machen. Wenn man hier noch eine Werkbank macht auch. Glaube ich. Das sind meine Schaufel. Vorhin war das auch, glaube ich, eine ganz smarte Idee, als ich dem Affen... so. 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 Ähm, als ich dem den Bogen gegeben habe. Schade ist, dass ich nicht so... Hallo, Kenya. Schade ist, dass ich nicht so den Punkt habe, wo ich sagen kann, angreifen oder so. Na, Kenya, alles gut? Hier bist du gut ans Wochenende gekommen. So, warte mal kurz. Ich glaube, das habe ich hier hinten alles, oder? Ja. 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 Knochen. Und hier habe ich auch den Schrott. Ah, ich habe immer 99 von diesen Blütenblättern. Heiniger. Ähm. So, das hoch. Hm, hm, hm. So, warte mal, jetzt bring ich erstmal hier... Aufräumen. Nämlich ein Gameboy. Okay. Wie kommst du denn da rauf? Wie kommst du denn da rauf? Jetzt habe ich die oben liegen lassen. So, Gießkanne tausche ich gegen Holz. Die 99 können hier erstmal rein. Oh, das hört auf. Ich Gärtner hier ganz entspannt mit meinen Affen. Hä? Muss ja nicht alles immer voll Hightech-Mightech-Grafik sein? Oder? So, jetzt mache ich aber mal folgendes. Ich gehe mal schlafen zwischendurch. Ich habe das gleiche Problem wie vorhin habe. Das Spiel rauscht ab und mein Fortschritt ist keine Ahnung, wonach gerutscht. So. Wir könnten das hier auch mal ändern. Und wir machen hier mal Dings rein. So, der hat alles. Was? Das fehlt ihm denn Holz. Okay. Muss gar nicht. Quatsch. Ich bin das eigentlich voll entspannt. Gerade. Ich mag das natürlich auch, wenn es so übel fette Grafik ist und so. Gar keine Frage. Man ist ja auch verwöhnt. Man ist ja auch irgendwie verwöhnt. Man ist ja auch irgendwie verwöhnt. Ich überlege gerade, ob ich direkt einmal in den Dungeon gehe, um unseren Affen daraus zu holen. Ehrlich gesagt. Warte mal, in der Zeit. Ich bringe hier mal das Holz. In der Zeit. Könnte ich denen ja mal eine Aufgabe geben. Dass sie da weiter bauen die ganze Zeit. Und. Mit. Muss eins aus. Tolman. Mix. Fuht. So. grip. luh. Du. Land, du. Etwie. Uh. Und du. Komm jetzt! ich habe gut seiner verbraucht ich mag meine rosi ich bin sie super so jetzt gehen wir erstmal fix ins dungeon und holen wir unseren affen da raus der bestimmt schon die ganze zeit auf uns wartet sind da diese wäsche am boden aber ich kann damit irgendwie nicht so wirklich was machen ja hier bei mir zu dem ich jetzt gerade nicht aber so gut ans wochenende gestartet können ja ich hoffe doch ich habe gar nicht gesehen von gold oder ist das gold ist das was anderes wo bin ich denn hier gelandet moment da muss man einmal ging ja das kennen wir anders schon wir wurden ja leider zurückgesetzt ungeschickterweise nicht zu zweit Das ist gemein. Okay. Das mit der Steuerung ist ja nicht immer ganz so einfach. Das ist unser Affe. Insgesehen. Links, rechts, links, rechts. Ich zieh das hier durch mit euch. Klappst du auf den Po? Klappst du auf den Po? Alle meine Freunde waren Klappst du auf den Po. So. Ach komm, ich hab's bitte drauf. Ich nehm mal die Frucht mit. So. Jetzt machen wir das hier erstmal. So, jetzt haben wir den Gehörner Spitzhacker. Ja, ich komm, ich rette dich. So, sehr schön. Gibt es Platz in der Tasche? So. Ich hab was vergessen. Oh, da oben sind noch Gegner. Ich bin von auch gar nicht hingelaufen, ne? Ich bin mal den Affen zurück. Oh. Dumm, dumm, dumm. Oh. Oh, das stimmt, das ist jetzt das andere Dörfchen gewesen. Komm, Haffe, wir fliegen uns jetzt hier durch. Oh, oh. So, ich wollte nämlich auch mal gucken, was ich überhaupt brauche, wenn ich ein Flo spawnen möchte. Weil wir müssen ja schon von Insel zu Insel weitern. So, ich habe einen Affen mitgebracht. Ich kann ihm eigentlich mal kurz was beibeinen. Nein, 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 nein. Oh Gott, was macht der denn jetzt noch? Hä? Äh. Hä? Ach, sammelt der jetzt alles, was hier... Warte mal, ganz kurz. Komm mal her zu mir. Das sollst du machen. Das ist deine Aufgabe. Bitteschön. So, dann kümmert der sich um die Pflanzen. Was fehlt hier? Ach, Stein, okay. Also Das sollst du machen. So, die kann ich jetzt tragen. Warte mal, die stelle ich erst mal hier irgendwie hin. Ach, oben drauf stellen könnte ich auch was sonst, ne? Witzig. Ich stelle jetzt erst mal da, damit die hinten durchkommen. So, was haben wir denn dabei? Ich hab noch seine, ich hab noch sowas dabei. Während das hier... 99 ist Max. Hier war das drinnen. Das Schlamm geht hier nicht. Fleisch geht noch. Ja, weil meine Kisten waren auch schon so voll, sag ich mal. Gar nicht so daran erinnern. So. Hatte ich auch Knochen irgendwo? Ja, hier. Gut, das brauchen wir nämlich gleich, ne? So. So. Ich hab ein Holz verbraucht, das ist ja unnormal. Ganz, ganz schlimm. Und mein Axel ist auch gleich irgendwo. Ja, 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 mach ich gleich. Das, äh, mach ich gleich noch. Was öffnet... Was öffnet... Was öffnet... Was öffnet das? Das hab ich gleich schon vor. Das passiert mir jetzt nicht noch mal, ey. Dieser Salat, ich sag's dir, ne? Das ist eine Scheiße gewesen. Aber kann ja auch keiner wissen, dass das Game einfach so abstürzt. Das kannst du ja nicht wissen. Woher auch? Aber bockt schon gut, das Game, ja. So. Zack, Brüder. Geht halt jetzt auch viel schneller als vorhin, ne? Jetzt hab ich aber den Dreier auch raus und mein Elfchen hier. So, zack. Ich hab eigentlich genug nach. Ich kann eigentlich nur ein paar herstellen. Schon gut, nice. So, warte mal. Ich mach mal die Seine hier einer weg. Beziehungsweise das Zeug, was ich hier habe. So, das können die wegsteigen. Achso, das können die ja nicht herstellen, oder? Aber ich glaub, das können die gar nicht herstellen. Das muss auch ich machen. Ja. So, da kommt das hier rein. Das ist eigentlich ganz cool hier. Läuft eigentlich alles, äh, von selbst. Ich muss nur ein paar Sachen vorbereiten immer. Aber ansonsten. Achso, ich brauch noch ne Axt. Ich muss mir ne Axt bauen gleich. Mh, warte, ich muss mal wieder einen Affe losschicken hier. Ja, ich glaub, ich brauch ein bisschen... Holz. Äh, Stein. Dacht, hier würde noch was rumliegen. Aber wir haben auch hier unten... ...keinen anderen gesehen, ne? So, aber damit kann ich das nicht machen? Warum brauch ich denn dafür ne Bombe? Versteh ich nicht. Ich hab doch ne Spitzhacke. Warum kann ich die nicht benutzen? Ist mir ein Rätsel. Irgendwohin? Ja, kann man auch nichts abbauen. Äh, daran kann ich, glaub ich, nicht. Das ist zu tief. So eine gewisse Tiefe kann ich ja gehen, aber... ...ins Dunkelblau soll ich nicht laufen. Ach so, genau, ich würd' ja gucken, was ein Floß, äh, kostet, ne? Äh, das kann da rein. Das kann da rein. Ein bisschen Stein haben wir. So, warte mal. Ähm, die Axt. Ach, hier unten ist das Floß. Ach, guck mal. Das sind nur die ganzen Holzstäbe. Wirklich noch Holz da? Ne, haben sie alles verbraucht. Okay, dann brauch ich kurz ne Axt. Ähm, die war... Oh mein Gott, warte, 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 warte. Glaubt ihr mit? Aber nee, hab ich noch. Das hab ich noch. Ähm... So. Muss ich auch haben, ne? So, ich kann was wieder umstellen, hier drauf. So, wenn du da ja Axt. Ähm... Mh, 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 mh. Glauben wir euch Fleisch in der Tasche? Ob ich das denn jetzt hier hab? Naja, gut. Wurscht. So. Hier unten fehlen uns Bretter. Okay, wir brauchen also... Zack. Ich laufe mal in die andere Richtung. Hier unten... Boah, das ist so super entspannt, ne? Können da wahrscheinlich voll die miesen Dinger bauen. Wenn ich da richtig Zeit reinstecke. So. Zack, zack, zack. Das kommt hier wieder rein. So, dann haben wir das schon mal da drinnen. Eindeutig zu viel Gras hier rumliegen. So, damit uns das gleiche nicht passiert, gehe ich mal das Schlippen zwischendurch. Ne? Wir sind ja sehr eng. So, was fehlt denn jetzt schon wieder? Achso, wir haben keine Seide mehr. Alles klar. Hab verstanden. Bin dabei. So, weißt du was? Warte mal ganz kurz. Ich mach das mal gerade anders. Wenn ich das hier reinzunehmen. Und jetzt so. Ich geb ihn. Jetzt stell dir das auch im laufenden Band her, oder? Aber das dauert wahrscheinlich länger, als wenn ich das machen, oder? Ah, ich glaub, das dauert viel länger, als wenn ich das mache. Das könnte ich so im Leerlauf laufen lassen, aber... Ja, dann stech das lieber so hier. Ich glaub, das macht mehr so rum. Wir werden gerne... Ich glaube, das ist ja okay. Ich洗's auch mal her. Ja. Komm. Dann, wir Oy. Komm. 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 втор wird sich das alles intimacy herinsaat. Do. Aber scribe. Komm. ows mich. Komm. Vielen Dank.